Hurra, die neue Uhr ist da! Bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ach ja, diese Uhr wollte ich schon sehr lange, das ist jetzt keine Rolex, nein, das ist auch ein schöner Schweizer Uhrenhersteller, genau, von Maurice Lacroix. Ja, das ist eine Maurice Lacroix Eliros Phonograph, ich hoffe man spricht es so aus. So steht es zumindest auf dem Rechnungszettel. Ah, wunderschön! Tolles Leder Armband. Ja, diese Uhr hat ein Quarzwerk, also es ist keine Automatik. Wunderschön! Ja, für die Einzelheiten und die Details mache ich nochmal extra ein Video. Sehr elegant. Ja, so. Rose Gold würde ich sagen, in der Datumsanzeige auf 16,30. Genau. Wunderschön! Vom Händler meines Vertrauens online bestellt. Schöne Uhr. Also demnächst nochmal ein Review, um ein bisschen genauer über die schöne Uhr hier zu sprechen. Tschüss! 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 Tschüss!